hihihi es war grad kein anderer Platz da irgendwas ist hier total kaputt ja ist total kaputt kann doch nicht so gut oh ein Kochtopf wir brauchen nix kein Kochtopf ich nehme die trotzdem mal mit gehen wir mal das Haus gegenüber zumindest gehe ich mal davon aus dass es das Haus gegenüber ist was ist das denn ein Road eine Fackel Hosen was ist das denn Electric Kettle Prod das ist um das ist womit so 4 ja genau und oder betäubt ich weiß ja also hier ist ein großer Rucksack mit 28 Plätzen dann nimm du den hab ich schon ich habe einen mit 35 willst du auch ein Electric Kettle Prod haben nö ich bin zufrieden mit meiner Auswahl an Schießeisen und Schlagwerkzeug da muss man bestimmt da muss man bestimmt eh ne Batterie rein tun oder so ich hab einen Zombie gehört ja ich hab auch irgendwie so gehört wo bist denn du? ich bin in irgendeinem Haus aus erschreckt mich doch nicht so ich blut schon wieder das ist auch nicht hast du was? ja ich hab auch der der zwei der Zombie dran gelaufen wo ist denn? ich hör zwei Zombies hast du geschossen? nein ich hab nicht geschossen ich steh im Haus ich steh im Haus und hab geprügelt bis nicht mehr geschossen äh meine Klamotten die sind voll mit Blut schön ich bin gerade im Kreis gelaufen ich sitze in einem Haus ich kann dir aber grad nicht sagen in welchem ok nicht weil ich es nicht möchte sondern weil ich äh grad nicht in der Lage bin etwas anderes zu machen als komisch zu bewegen ich weiß aber auch nicht wo ich bin ok ich komm jetzt aus dem Haus raus stehts auf der Straße ja warte ich geh auch mal grad raus ich bin von dem ähm Soundpool des letzten gefundenes da oben bist du glaub ich was? ja das ich hör wieder ein Zombie ich seh auch einen hinter dir hinter mir? oh Gott ich geh ihn ich geh ihn hee so alter das Ding überhaupt nix hier ich hab mich schon wieder angefangen ich hab mich schon wieder angefangen oh 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 in Richtung ich würd sagen wir gehen da lang weiter da lang weiter oder? ja ist das davon nicht Teil vom Airstrip? doch I think my arm is broken ist das so? ist das so? meine Waffe ist ein Scheiß wert das ist doch eine SKS oder nicht? nein nein das ist ein Sporter 22 achso deine Sportwaffe da ja genau die absolut Blutnitz bringt jeder Schuss muss einstel nachgeladen werden bäh und äh ja ich hab versucht den Zombie zu treffen aber ich hab's nicht wirklich hingekriegt wollen wir noch in hier das Haus rein? ja müssen wir reingehen ich hab das Gefühl dass wir gleich sterben davon läuft davon läuft ein Zombie ok ich pack gleich mein meine Vorschlaghammer aus der ist besser was ist das? oh hier ist ein 28er Rucksack er hat mich schon wieder getroffen man ich will doch nicht dauernd ins Grab du gehst doch doof hast du deinen Tod gemacht? ja der kniet jetzt vor der Tür der ist ein roter ich find meine Orangen dann aber besser mein Arm ist jetzt extrem lieb ja wenn er gebrochen ist was willst du denn machen? du schwingst den Vorschlaghammer Kerl ich bin in das grüne Haus gegangen oh ein Defi ein Defi ein Kochtopf ein Hut Handschuhe wir bräuchten ja eigentlich nur ein paar Sch... so ich bin wieder auf der Straße laufe wieder die Straße ich auch da ist... kamen wir hierher hier steht die Tür und drehen von... oh eine Waffe eine Waffe die willst du aber... die haben was ist das? ein Sporter 22 links von dir willst du ihn mitnehmen? nö nö das ist meine Aussage nö will ich nicht aber ich habe überhaupt keine Fernkampfwaffe könntest du die mitnehmen Munition dafür hätte ich ach komm ich nimm mal mit warte ich komm nach unten ich leg dir ein bisschen Munition ich bin durstig ich trink mal grad was mach das also auf dem Boden vor dir jetzt müsste eigentlich liegen hab ich schon aufgenommen du bist schnell vielen Dank ja ich hab noch 200 Schuss davon in welche Richtung läufst du jetzt? wenn du aus dem Haus raus kommst nach links ja ich würd mal nach rechts laufen weil der ist so ein kleiner Mini-Shop vielleicht ist der wieder voll mit Scheiße hier ist ein blauer Rucksack ich bleib bei meinem Orangenen Vorschlag oh oh eine andere Waffe was denn für eine? eine CR 527 Carbine die benutzt das 7,62 hab ich davon? ich glaub davon hab ich ne 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 ich bin nicht tot ich bin nicht tot kann ich den einfach so so ich bin jetzt in dem kleinen Shop ein Sack haben wir hier ein Knicklicht Weapon Cleaning Kit ja Waffe nicht mitnehmen Teleskop äh Schlüssel 37 ich brauche mich nicht aber da war eine Batterie oder? ja das ist eine Batterie komm jetzt sag du kannst es mitnehmen nee kann er nicht ich kann die Waffe nicht mitnehmen ich kann die Waffe nicht mitnehmen was ist das da? Baseballbet was ist das da? was ist das da? Gaslamp was ist das da? Stunbaton das ist äh nicht so toll das hab ich mal ausprobiert oh das ist ne Knifte ne Knifte? Makarov irgendwas ne Makarov IJ 70 ja hab ich auch ich hätte auch die passende Munition dazu was kommt denn da rein? da kommt rein lass mich nachsehen die äh na? Punkt Punkt 380 äh Hä? Punkt 380 ja das hab ich verstanden ja die kommen ich dachte du hättest nur noch irgendwas anderes gesagt ne ne die kommen da rein ok ähm hast du noch die Shotgun oder hattest du die überhaupt mitgenommen? ne hab ich nicht die lag auf dem Boden mit Munition und ein bisschen gefährlich oh hier sind vier Bolz die hab ich weggeworfen also die die ich noch hatte äh Punkt 357 Rounds warte mal ne kann ich gebrauchen ähm ähm oh da ist ein Dings ein Brunnen ha der Brunnen geht wieder ja wunderbar der Brunnen funktioniert wieder ok gut dann ähm ich geh hier wieder raus ich hoffe jetzt nur nicht dass ich erschossen werde weil das ist direkt in Richtung so äh wo bist du? ich bin äh wenn du auf der Straße bist wieder weiß nicht da ist irgendwo die Straße runter am äh äh hä? hä? ich bin auf der Straße mitten auf der ach da oben hallo hinter dir ja das ist ja du verbrünt hab ich jetzt nicht mitbekommen so welche Richtung wollen wir? zu den Häuschen also zu den Guck Weitguck Dingern ach ja die waren hier davon ok wir gehen jetzt in den Tod das ist der Minishop von dem du besprochen hast ne? ok wir gehen in den Tod ich hab meine Waffe übrigens ausgetauscht achso ich könnte ja vielleicht auch mal meine Knifte nehmen ich nehm sie mal auch wenn ich weiß dass es nix bringen wird ja aber besser als gar nix ich würd sagen wir gehen ja an dem an dem Beton Dingens weiter bis wir irgendwas finden wo wir durch können hier können wir durch wenn mein Charakter sich mal auf die Fresse legen wird mach der nicht hallo hallo mein Charakter will nicht kriechen y das erklärt warum er nicht die ganze Zeit auf C und er legt sich nicht hin hallo 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 ich bin am bluten hast du rags ja gut hast du rags? ja ok ich seh mal niemanden das muss hier aber nix heißen da steht ein da steht ein Zombie da steht ein Zombie da steht ein Zombie da steht ein Schandzombie was ist denn ein Smursh Backpack nix 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 kleine Ruine da ist auch nix drin ich trau mich nicht so wirklich ne was soll schon passieren außer dass wir sterben ja mein Arm ist hier schon gebrochen ne ja mein Bein ist auch kaputt nix nix so kann man hier ein bisschen rumgucken bist du draußen schon? ich bin draußen das Gebäude zu ich kann nicht erkennen ob die Tür da schon offen ist oder nicht auf jeden Fall die roten Türen bei dem Feuerwehrgebäude sind immer geschlossen alle ok ich weiß jetzt nicht ob das das Feuerwehrgebäude ist da vorne aber da sind roten Türen weder geschlossen noch geschlossen ich versteh dich grad nicht vorne an dem Haus keine roten Türen weder offen noch geschlossen ja ich renne jetzt ich bin hier noch in den anderen Ruinen grad achso ich bin dann in so nem Ausguck mit dran und ich werde ich bin bestimmt da hinten ne ich lauf mal weiter hier in meinen Ruin mach das mal ich komme hier mal entgegen Ich komme hier mal entgegen Vielen Dank.